Willkommen zurück zu The Banner Saga 2. Wir hatten das letzte mal das Lager aufgeschlagen und ich glaube mehr hatten wir noch nicht getan. Ein paar Leute hatten wir noch aufgenommen. Der könnte aufgewertet werden, der nicht. Bei dem fehlt noch einer, das ist gut. Das hatte ich letzt mal gemerkt, dass der Wunder war nicht dasselbe wie beim Skull. Bei dem ist es praktisch, dass drumherum die Fühlenskraft erhöhte. Das ist ziemlich heftig. Ja bei dem weiß ich noch nicht so richtig was ich mit dem Anfall soll. Vorher falle ich den schon nicht so gut. Fand ich den auch nicht besser. Das war aber ein Verräter. Vorteil von dem ist, der, äh, genau, Shieldwall, also erhöht die Beteiligungs-Lines. Morgan macht das auch. Wieviel brauche ich für den? Neun. Allerweil, wieviel brauche ich denn für den? 13. Ah ok, der kommt also gar nicht erst in Frage. So, schonmal, der kommt auch nicht in Frage, das ist schon klar. Ich fand die Mischung aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich würde sagen, den werten wir auf. Ähm, dafür kriegt er jetzt noch zwei Punkte. Hier kann er einem, ähm, Rüstungsschaden widerstehen. Und hier kann er regulieren. Wo ich das Regulieren eigentlich besser finde. Ich schaue, dass mein Leben nicht regulieren kann. Das finde ich zum Beispiel insgesamt von der Wahrscheinlichkeit nicht so dolle. Das ist ja aber immerhin jeder verlüftige Schlag. Gar nicht so einfach. Wir haben noch hier die Willenskraft. Äh. Okay, da kann man dem, äh, den Schlag angehen. Da kann man Willenskraft regulieren. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist bei dir. Aber generell wäre es schon ganz gut, das noch ein paar mal nutzen zu können, denke ich. Wobei 5 schon gar nicht so schlecht ist. Wobei natürlich 30% Bonus-Hitschance schlecht ist. Also ich würde vielleicht sagen, wir erhöhen erstmal die beiden. Dann kann ich das nächste Mal vielleicht das hier noch ein bisschen... Oder wir machen das jetzt schon. Kann ich hier, wie gesagt, da liegt der LNG. Da kann ich zusätzlich Schaden machen. 30% ist schon ziemlich gut. Machen wir es so. Probieren wir das mal bei dem aus. So, kommt keinen Punkt übrig gelassen. Nein. Sprechen kann ich mit Kyla. Tränenhägel. Ja, Clansman habe ich gar nicht. Also für... Ach nee, lassen wir das. Ah, der ist wieder super nett. Äh. Dann würde ich sagen, rasten wir eine Runde. Ja. Ja. Moral steigt. Nur dummerweise sind die Ressourcen nicht. Gehen wir weiter. Ist ja auch wieder in Dorf in Sicht. Und die Runden. Also sind die Runde. Ich schaisfte von den Neuklund. Man muss da etwas anderen streben. Hier ist eine Probe holt zu gensiegeln. Wo immer wiederum die Räufer den Ravens zu fangen. und wurde daende Weapons abkennbar. Ich sage den Glocklocken. Auch das waren es so. Mit unserer Gericht. Und das ist das? Ich kenne mich. So, wie wir uns an dem Wegchen. Und ein paar Kräuter zuholfen. Half a dozen peasants and a broken bagel. A woman spots you and shouts, Hey boss! But a punch to the stomach drops her. Too slow. The fighters turn, ready to fight. Na klar, vielleicht wagen. Ich hoffe, wir auf Ressourcen. Angriff. Flee from your assault. You give chase for a time, but soon return to the wagenland peasants. Thank you, the woman who was punched earlier says. I'm Sephar. I know you don't want us around, but if you are heading toward Bindal, we follow your path. Fine, but your food is ours. Keep your food in a distance, understood? Payment for saving you, you say. The woman lords understand it, but to your surprise, the wagen is nearly empty. We keep our distance, Sephar says, but we'll behind you. You grunt and walk off. Also, die zählen jetzt nicht zu unseren Klanzmann. A couple of raven scouts take off to check out the cluster of tents ahead. Refugees from Ormstallau. One of them says upon returning, they've got a sizable camp and seem disciplined. And now we are here. The scout adds, no sense in trying to avoid them. You take the lead and approach the refugees. A hooded man with a red spear What? Red spear? Achso, tatsächlich. Greets you. My name is Beck and this is Lothel. You are bulwark of the ravens and is this your wife? You are confused as much by this question as by the fact that no one is with the man. Who is Lothel? He moves his spear forward to food. Lothel, the advisor of sorts. You look at Fokka and Sloth. You are the second spearman we've met who is more than a little touched. The man stares at Fokka and a dangerous look on his face. If you have finished heavily your love, I tell you why I've come to you. Fine, but make it quick. I am leading this large group of trained fighters and tradesmen from Armstaller. We are looking for a new home. We've done what it takes to survive out here, but they started to lose faith in me. You want us to reinforce your control? No, I want you to take over. Lead us someplace we can live. Lothel and I weren't meant for keeping others alive. No, but I didn't care about him. Are you off? What's going on for? For one. We won't kill you. Iskla. Dax smiles, Aber es gibt keine Humor in den Augen. Well, share the food we've collected and fight alongside you, should there be a need. He stops and conferred with his spear. Spoiling you, loveless. We even respect the world of how great the ravens are. Herr Kolt Back kisses the metal of his spear and smiles. You have one, thank you. Oh, loveless, thank you as well. 83, hey. 89 fighters. 24. My goodness. After what I learned before, because the clansmen are also resources, and they can collect them or whatever. The unhearing snowfall is proving too much for the humans, who now vainly attempt to follow your large footprints. In truth, the sky and your surroundings lack enough contrast to know where you are going, and it's cold. The trees over here, more come well as to say, motionless with a spear. The foliage blocks some of the wind, but there's nothing for visibility. With no other options, you burrow into the snow, cloaked in your beer forever. The dark. Whitening. Someone pulling in the energy. Painful. Welche Clansmen waren das jetzt? Ah ok, die war anders. Ah, ich durfte Licht aussuchen, wenn ich mitlebe. Das ist insofern ein Problem, weil ich nicht weiß, was ich dabei hab. Nicht viele, wenn ich das richtig sehe. Also die beiden, denen da und sie, alle denen da auch. Gut. Na gut, dann wollen wir los. Nein, du sollst da hingehen. Das ist insofern. 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 Ach, der gehört auch zu mir hier. Ach, guck mal an. Damit habe ich gar nicht... Ach, ich hätte... Würde ich mir Schaden machen können für Mordorff. Äh, wer ist denn der Nächste? Die da hinten? Dann kommt die dran. Dann kommt sie. Okay. Wie weit kann die denn schießen? Viel Schaden kann ich nicht mehr machen. Aber trotzdem mit denen. Ach, ich hätte... Ach, ich vergesse immer, dass ich... Wünskraft noch hätte hochsetzen können. Ja. Das war ja abzusehen. Wie weit reicht das? Das war ja abzuse. Malen. Das war ja so. Ich habe ihn. Das war ja so. Gut, wer ist der nächster, oder? Aber klüscher, Schatz, Perr. Nee, nee, warte mal, das macht ja keinen Sinn. Ich kann nur einen Schaden machen. Ach, probier was mal. Ich würde sagen, dass wir die da loswerden. Ja, das klappt natürlich nicht, weil... Ja, klar. Ja, klar. Ach, der hat gar keine Fertigkeit. Wenn er natürlich gar keine Fertigkeit hat, dann kann ich das so machen. Ja, wer habe ich denn noch? Okay. Ja, wer habe ich denn noch? Okay. Sie ist die Nächste. Sie ist die Nächste. Sie sind die Nächste. Der hat leider nur noch eine Willenskraft. Das dürfte auch rumfahren. Schade, da kann ich nicht langlaufen. Nein, zurück. Schau mal, wie viel Schaden würde ich machen? Bier auf die Rüstung. Tja, das ist eine gute Frage. Ich muss ja langsam anfangen, die Tür umzubringen. Das ist eine gute Frage. Ach, ich habe den hinterher. Nein! Das war genau der Falsche. Oder die Falsche. Wenigstens die weg. Nee, das war wieder der Falsche. Was mache ich denn da? Das war der Falsche. Das war der Falsche. Das war der Falsche. Was ist das? So, dann machen wir das nix ist den. Den kann ich ja nicht... Naja, fehlt was. Und weg mit dir. Oh. Nein. Da nur eine da steht. Jetzt müssen wir jetzt mal... Nein, das zweite ist nicht mit Polos. Ach, zumindest. Ach, da lebt ja immer noch. Schade. Ich dachte, man könnte vielleicht die Wahrscheinlichkeit damit erhöhen, aber dem ist wohl nicht so. Ja, das ist der nächste. Nein. Obwohl, doch. So, und weiter geht's. Dauerweise hau ich jetzt natürlich auch meine Vorräte platt. Da kann ich ja... Ja, kann ich. Und noch eine. Na ja, ich hab nur zwei Heldel, zwei Heldel sind geblieben. Sefer's rules are great. Und she wimpers in the snow. Das hat also auch funktioniert? Und dann kommen wir jetzt noch mal kurz, was das Aufsteigen angeht. Achso, stimmt, da war ja doch dabei. Aber wie gesagt, das ist Spearman, das sieht mir hier wie gar nicht. Die Gegend bin ich echt effektiv. Was hat der denn jetzt gekriegt? So, ja ok. Was verbessern wir? Das ist schon effektiv. Mein 14 ist ganz ok. Aber wir machen das trotzdem, das ist ihre Fertigkeit. Ach, ich kann die gleich locken. Ah, super. So, ich bin immer hin mit. Shield Smash. Smash as a shield against a single atelier target. Target in order to units, friends, a foe, break them from the force of attack. Without a shield, she loses her passive ability shield mastery. Und wie viel? Kann leider nicht ausgehen. Wie viel Schaden genau macht das dann? Ah, plus 1. Plus 2. Aha. Also die Frage, warum man das wirklich so braucht. Okay. Okay. Wollwerk Fädler, wisst du was? Was ist das? Plus 3 will unrest, plus 1 armor unrest, plus 1 will. Aha. Ja. Ja, da die aber davon lieb, das habe ich gar nicht mehr so schlecht. Also hier mal nur 3 da drin, ja. Wie sagt den, finde ich. So, jetzt sind wir beide. So. Und. Oli war der mit den, äh, das war der Axtwerfer, ne? Ja, genau. Wenigstens einen Pferdenkämpfer. Den kann ich wirklich nicht brauchen. Dafür brauche ich 13, ne? Ja. Wer hat noch, der hat noch. Der. Was kriege ich denn als zweite? Ach, das hatte ich glaube ich lassen wir schon geguckt, ne? Das war. Genau. Rundummschlag. Ecke. Was kriege ich denn? Ne, der kann nur aufsteigen. 7 Punkte. Das war jetzt 1 zu viel. Eigentlich wollte ich bei Bersi noch reingucken. Und zwar der. Ne, nicht Bersi. Achso, das kann nur ein Bug. Ne, da macht Ecke mehr Sinn. Dann lassen wir den auch aufsteigen. Und zwar sollte der zumindest Schilde berechnen können, finde ich. Oder machen wir an dieser Stelle eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Also. Und...